Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Da hinten ist wieder ein Raft. Den wollen wir uns mal schnappen. Und, das was? Komm. Hä, was denn das? Komm. Da hinten sah etwas aus wie eine Kugel. Habt ihr das gesehen? Ja. Irgendwo da. Da ist der Raft. Wo ist denn die Kugel hin? Oder war das der Wund? Okay, die Kugel ist weg. Das Raft ist noch da. Dann egal. Dann ab zum Raft. Ich hab jetzt wirklich... Äh... Ich hab jetzt wirklich gedacht gehabt, das wäre irgendwie etwas Krasses, Großes. Und dann lassen wir gleich zu der Insel, die da hinten irgendwo ist. Hin. So, den haben wir auch. Mit dem Teil haben wir nichts mehr. Hoppla. Noch ein bisschen weiter. So. Dann kommen wir da an. Rot haben wir nicht genug. Das heißt, wir könnten... Können wir den... ...gleich irgendwie... ...einschmelzen. Dafür platzieren. Schade, da können wir nicht einschmelzen. Hm. Würde ich aber übelst feiern, wenn man... ...sachen nochmal... ...wieder zurück einschmelzen könnte. Ich glaub, das hatte ich auch schon mal erwähnt, aber... ...übrigens... ...der Heilhut... ...bringt dann gar nichts. Meistens mal weg. Ja, wo ist denn da die Tour? Sehe ich nicht. Doch, da unten ist sie. Können wir eben nochmal ganz schnell was trinken. So. Ja, noch ein bisschen drehen. Noch ein bisschen drehen. Äh. Drüber? Komm. Die sind schneller. Muss dahin. Ja. Gestafft. Und zurück. So, was haben wir jetzt alles? Wir haben hier... ...wieder... ...Glibber. Dann haben wir... ...egal, wie viel... ...wieso haben wir so viele Palmenblätter wieder mal? Weg damit. Weg damit. Das reicht. Drei Rüben haben wir. Die hat ein Hering. Dafür kommt das da drauf. Und dann die Rübe essen wir auch noch. So. Dann brauchen wir jetzt... ...machen den hier weg. Können wir einfach mal mit dem... ...mit dem Strom fließen. Das ist auch interessant, dass die die ganze Zeit um mich herum schwirren. ...den schnappen wir uns. Ja. Den kriegen wir nicht mehr, oder? Nein, den kriegen wir nicht mehr. Danke. Ah, den haben wir noch erwischt. Ich finde es echt doof, dass wir... ...daraus... ...irgendwie nicht... ...nochmal... ...barn oder sowas machen können. Ganz normaler Tuch. Ja. Jau. Geil. Perfekt. Den haben wir vergessen. Ist aber schade mit der Musik gerade. Wir müssen aber auch einen Plan machen, wenn wir das hier hochbauen, so auf die nächste Etage. Wie wir da dann immer wieder drauf und runter kommen. Aufs Boot. Also auf unsere kleine Brick. Jo. Nice. Der war geil. Ich hätte aber jetzt gerne wirklich die Insel wieder. Wir schwimmen jetzt einfach nur so los, aber... Wir schwimmen jetzt mal wieder eine Insel zu haben. Weg damit. Passt. Das wird reichen fürs Erste. Ah, Mucke. Ah, den haben wir nicht mehr geklickt. Und da schwimmt der Karton. Ja, dann packen wir die noch drauf. Hier noch was, nein. Äh, hier. Aber ich habe da noch Planke rein. Dann packen wir uns den da noch. Ja. Geil. Weit und breit. Einfach irgendwie... Keine Insel mehr. Aber wir hatten ja vorher irgendwo noch eine Insel gehabt. Ja, nice. Ah, geil. Wieder rüben. Und... Wir haben genug Schrott für Nägel. Nice. Dann können wir... Ja, geil. Würde ich sagen, machen wir den hier. Einmal. Und... Fangen hier dann an. So, so. Gut, Planke. Hier kann auch noch eine Planke rein. Dann... So, weg damit. Dann... Brauchen wir... Wieder so einen Haken. Oder den. Da haben wir keinen Schrott für. Okay, dann den. Unser Haken hat nämlich gleich keine Kraft mehr. Gleich komplett verbraucht. So, den nehmen wir mit. Und ich hoffe, den kriegen wir auch noch. Jetzt ist das dann ein Fass oder eine Truhe. Den kriegen wir nicht mehr. Ja, so. Geil, wie ein Schrott. Ich glaube, wie sehr man sich über Schrott freuen kann. Kranken haben wir aber mehr als genug. Wir müssten hier auch mal so ein richtiges Lager bauen. Danke. So, Rüben. Nehmen wir mit. Kinken wir mal. So, und? Kinken wir dich? Ja, geil. War das mit? Hm. Na, du? Boah, ich laufe hier nur hin und her. Auf meinem kleinen... Ja, auf meinem kleinen Floß. Was noch nicht einmal ein richtiges Schiff ist. Noch nicht wird. Also, wird noch. Aber ist noch nichts. Wir müssen ja erstmal noch hier das alles fertig haben. Plastik. Und nochmal Plastik. Und Essen. Und rochen. So, dann machen wir einmal richtig voll. Wo sind jetzt die Inseln? Da hinten ist eine. Und da hinten ist eine Palme gesehen. Ne, du musst da sein. Da muss da wenn wehen. Aber ich freue mich, wenn wir das hier alles nochmal motorisieren können. Wenn wir hier erstmal Motoren haben und so weiter. Wäre dann richtig geil. Dann könnten wir einfach... ...vor die Segel scheißen. Einfach drauf los. Hinschippern, wo wir wollen. Ah, da ist eine Kiste. Kiste holen wir uns. Sobald wir nah genug sind. Ich trinke jetzt eben erstmal nochmal einen Schluck. Und dann schauen wir uns mal an, was wir da auf der Insel kriegen können. Auf jeden Fall wahrscheinlich wieder was zu essen, trinken. Keine Ahnung. Aber wir müssen den Raft auf jeden Fall ausbauen. Kommen wir da ran. Da müssen wir gleich ein bisschen... Wir müssen ein bisschen beidrehen. So. Nein. Ah. Ja, den haben wir. Nein. Nein, 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 nein. Ich hatte kurz Angst. Das kriegen wir nicht mehr, oder? Nein. Ach, nö. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Jetzt brauchen wir wieder einen Anker. Anker, Anker. Ah, ich finde es lustig, dass wir immer... Immer irgendwie schaffen, genug Steine und so weiter zu kriegen für den Anker. Wir brauchen einen Anker eigentlich. Stein, Seil und Planke. Was können wir schon einmachen? Den haben wir auch schon 52. So. Schauen wir mal, wo wir genau dran anlegen können. Na, ist das Eisen, also Metall? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe sehr. Ich habe jetzt nicht so eine Insel, was ich mir erhofft hatte. Ich muss da hin. Mir ist vollkommen egal, dass ein Fähnchen sagt, in eine andere Richtung. Und das machen wir halt so. Und... Das ist Kupfer. Schade. War kein Metall. Ah. Direkt hier greift er mich schon an. Das Mistviech. Ah, warte. Baum. Auge juckt. Kommen wir da hoch? Nein. So. Wassermelone. Am Dach hoch. Wir brauchen Schrott. Und Metall. Hier haben wir Schrott. Ach, nee. Ja, was war das denn? Hallo? Hat das mit einem Heiz zu tun gehabt gerade jetzt? Oh. Oh. So, nochmal Luft holen. Da haben wir Metall. Noch ein bisschen Metall. Sehr schön. Ah, du mich auch. Sex high. Das ist Kupfer. Da ist Metall. Dann haben wir nochmal fünf Stück. Insgesamt. Jetzt erstmal. Wieder Kupfer. Ah. Sex high. Kann der nicht einfach sterben, wie alle anderen vor ihm auf? Ja, ja, ja. Du mich auch, Drecks high. Bleib da unten. So, der attackiert mich so. Ja. 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 Nein, weg von mir. Das ist sein fucking Problem. Wirklich. Bleib da hinten. So, das reicht jetzt erstmal. So, da haben wir das. Dann können wir jetzt eben noch ein paar Nägel machen. 12. Ja. Und hier. Danke. Wo haben wir... Hier haben wir den. Wenn wir lösen. So, können wir... Können wir hier noch ein paar Mal... Warte mal, dann machen wir... Hier schon mal so. Dann müssten wir nur die hier. Gleich ein bisschen... Das sind... Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. Wir müssen noch mal was trinken, wieder. Danke. Wir brauchen keine Planke. So. Die hier essen. Ach. Ja. Genau. So, dann schmeißen wir das weg. Nein, das nicht. Das weg. Und den packen wir mal hier hin. Okay. So. Dann. Hier. Ach. So, reparieren. Nächster drauf. Ja, komm. So. Haben wir. Ja, von da kam er genau. Okay. War jetzt ein bisschen verwirrt, so, warum wir von der Insel wegschwimmen, aber... Von da kam er gerade. So, danke. Na, wir müssten mal wieder ein bisschen fischen. Kann ich beim Fischen ein bisschen was trinken. Ich weiß nicht, warum, aber ich bin in den letzten Wochen beim Aufnehmen immer irgendwie so durstig. Und... Und... Noch ein. Noch eine Insel. roher, bunt, barsch. Okay. So. 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 Dann so. Und hier. Wir brauchen wieder einen Anker. Machen wir erstmal dahin. Wenn wir da ankommen, scheint mir eine etwas größere Insel zu sein. Mal schauen, was wir da alles finden werden. Aber an dem müssen wir aber herankommen. Ja, geil. Und weg damit. Danke. Danke. Die sind fertig. Nice. Danke. Was ich jetzt hoffe, dass da jetzt keine Insel ist mit Ebern. Weil von denen attackiert zu werden, habe ich jetzt wenig Lust. Komm. Machen wir das mal ein bisschen so. Ja. Müssen wir ein bisschen steuern. Noch ein bisschen. Und. Das müsste jetzt reichen. Oh. Können wir den noch mal da drauf packen. Und. Hier. Planke. Keine Planke. Dann schauen wir uns hier mal um. Hier können wir wieder Holz kriegen. Und Mangos. Okay, zwei Bäume haben wir aber hier noch. Und wir gehen erst mal hier hin. Okay. Du greifst jetzt diese Stelle an. Drexhai. Ein richtiger Drexhai. Wirklich. Ne? Ananas. Ja, dann können wir eigentlich hier können wir eigentlich von hier den Sand nicht mitnehmen. Oh, warte. Bevor wir weiter schwimmen. So. Einmal den hier aufmachen. Die Planken hoch. Ein bisschen was essen. Und trinken. Den Stuhl haben wir neuesten gelernt. So. Was können wir noch essen? Die Ananas. Und die Korpusnusse könnten wir auch essen. Die können wir wegschmeißen. Wegen dem Hai können wir aber auch eben das eine dachte schon, der hätte das kaputt gebissen da. Wenn wir ihn hier dann eben schnell machen. dann würde ich sagen in der nächsten Folge gehen wir nochmal da unter Wasser. Sammeln die Metallärzte. Dann können wir hier den Rest auch nochmal ein bisschen ausbauen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020